ja leute ihr habt es gesehen die wolken sind heute kräftig und was gäbe es einen besseren tag um euch heute ein gerät von wolkenkraft vorzustellen und zwar den eris ultra vaporizer der hier vor mir liegt ein sehr stylisches teil ja den werde ich euch jetzt mal vorstellen also was gibt es eigentlich im eris ultra es ist ein sehr cooles elegantes gerät und lässt sich sehr schön in der hand halten also ein sehr schönes handling ist auch elegant finde ich man braucht nicht schrauben es gibt keine öffnung wo man nicht dran kommt alles sehr schön aufgebaut es hat eine konvektionstechnik das heißt euer gewürz wird rundherum erhitzt und nicht mehr durch den vaporisator durch das heißt es gibt auch keine krümel mehr im vaporisator und das finde ich auch eine sehr geile nummer schauen wir mal was wir alles dabei haben beim eris ultra ist dabei ja accessoires nennt sich das da ist auf jeden fall ein paket drin wo sticker drin sind da ist ein ladekabel drin und das ist recht schön weil recht lang das ist also glaube ich ein meter 20 lang reinigungstücher dann haben wir hier was ich auch schön finde dass es für einen schlüsselanhänger dort passen zwei patronen rein das heißt man kann schön immer zwei patronen sich mitnehmen es gibt noch ein anderes mundstück so eine art pfeifen und mundstück ich kann das hier auch mal aufmachen raus das kann man dann praktisch oben nein quatsch das ist kein mundstück das ist ein mundschutz damit das nicht zu staubt was ich auch recht cool finde wenn man das in die tasche hat damit oben nichts rein kommt dann haben wir noch ein pinsel eine kleine bürste und eine pinzette um das ganze auch zu reinigen ja und mehr braucht man eigentlich nicht genau einen ersatz sieb ist noch dabei und ja dann gibt es natürlich noch zusätzlich einfüllhilfen die muss man sich extra holen und auch zu diesem vaporizer gibt es einen water bubbler sieht auch ganz hübsch aus ein bisschen kleiner wie erwartet ich habe jetzt leider kein wasser dabei um den auszuprobieren ich schaue mal wie ich den drauf kriege ihr macht oben das mundstück ab steckt dieses mundstück rein und könnt dann das benutzen ja mit wasser schmeckt das noch viel besser was finde ich an diesem gerät sehr geil der erhitzungsvorgang an sich man stoppte nicht einfach was rein sondern das geschieht alles mit einer kleinen patrone auch bei der patrone sieht man das zeige ich euch sofort jetzt erst mal das teil es ist leicht auszutauschen das sieb ihr könnt hier oben aufstecken zack und dran ist man braucht nicht schrauben nicht stecken furchtbar einfach richtig cool angeht das teil wie andere oft auch 1 2 3 4 5 und was ihr habt ist ein sehr geiles display kann man gut sehen und brauchen nicht unbedingt eine lesebrille daran kann man übrigens was ich auch cool finde von vier bis sieben minuten das gerät laufen lassen bei manchen geht mir das oft viel zu schnell wieder aus man kann natürlich die temperatur einstellen und den batteriestatus sehen ja außerdem hat der eris ultra eine titankammer das finde ich auch sehr geiles material und ihr könnt euch eure temperatur abspeichern der behält sich die und ihr braucht es nicht jedes mal wieder neu einstellen auch eine coole sache es handelt sich also bei dem gerät um eine voll konvektion das heißt es wird rundherum erhitzt das seht ihr auch dann an diesen muss man ein bisschen näher rankommen an diesem patron wie die wirklich rundherum auch mit diesen löchern sind da sieht man wirklich dass die dass der von überall dann auch erhitzt wird und das merkt man auch beim ja beim vaporisieren hey schau mal da da wachsen oft so sachen am baum also das hier ist moos hier unten wenn du etwas höher guckst das ist zum beispiel kein moos das fühlt sich ganz gut an das versuchen wir mal also ihr könnt dadurch auf jeden fall sämtliche kräuter vaporisieren ja und ich versuche jetzt mal wie so ein getrocknetes moos kraut ich werde mir das füllen ich habe leider keinen grinder dabei macht das jetzt ohne die füllhilfe es funktioniert auch so ist alles natürlich ein bisschen kleiner aber man kann damit gut umgehen so schutzhöhle ab mundstück ab patrone rein mundstück drauf das ist echt neblig heute oder das merkt man sogar echt neblig schmeckt auch waldig finde ich also was man so im wald findet logisch ja um auch so schöne wolken zu erzeugen geht mal auf wapowelt.de wir blenden das auch noch mal für euch ein ja schaut euch da mal um also bis bald denn diesen eris ultra gibt es jetzt vor weihnachten auch für euch zu gewinnen du willst den eris ultra gewinnen ja ist doch überhaupt kein problem dann schreibt mir doch einfach in den kommentaren warum du den haben möchtest und vielleicht kommt er zu dir noch vor weihnachten also bleibt gesund ja 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 ja